mit der schwertfisch also die neue macht er macht vorher meine lieblingswaffe in bo3 und hier und die schwertfisch gefällt mir auch sowas von unglaublich gott ok mir gefällt allgemein das spiel mega gut werden halt nur die abpack sachen ist da gott alter man ich bleib nur hängen okay okay alter nein wenn die spezialisten ist da als als spiel wäre so gut das spiel ist ja auch so gut ist absolut nicht von wo die gegner kommen okay diesmal anscheinend oh gott alter erst um okay die kommt einer von links 1 gott alter die runde sogar okay ich habe erst mal meinen höchstern raus okay so von wo kommen wir jetzt hier ist eine wir sind ja alter gnadenlos nein auf zwölfer das gibt's doch nicht alter die das sind solche nutzen auch gott dann hey es gibt so seltsame sachen moralik geht die vielleicht mal zwei minuten alter oder 3 gott jawohl ich liebe die schwertfischenden dies so geil ob der unten oder oben ist alter digger komm 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 nein diesen schwertfisch ließ sogar eine date tlos heil dich Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach komm. Jawoll. Nein. Diese Titan. Wie schnell die Schieße und wie viel Damage die noch macht. Nein, das ist unglaublich. Kommt bis da oben. Ach Lord. Okay. Okay. Oh fuck. Alter. Dass ich immer durch solche Kleinigkeiten sterbe. Wie hast du genau drauf ey? Hätte er auch keine Chance gehabt. Hä? Hä? Neul. Immer noch doppelte xp. Ich habe dieses Spiel acht Stunden gespielt, hatte eigentlich nur vier Stunden doppelte xp, habe aber immer noch irgendwie doppelte xp. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay. Der hat mich so laut angehüttert. Nein. Es ist so wichtig, gut zu aimen. Das ist unglaublich. 1. Okay. Das war klar. Das war sowas von klar. Oh. Ja, okay. Team mit Hatten. Meine Fresse ey. ich muss hier raus aus der kirche verengt man einmal alter okay ich hole meine leute raus so beschiss alter jetzt gehen auch ab gut mithalten ja das wäre es noch gewesen alter okay ich nehme den laufweg hier man muss so gut sein in diesen spiel ok sieg ich mache noch eine dritte runde und es macht so bockner kriegst du aufs maul ok leute dann bis gleich in der dritten runde lieblings map slums ich liebe diese maps sowas von unglaublich diese teilen muss so 100 gepätsch werden ok oben ist noch eine du bist ein assi gegen solche titan spieler habe ich echt ein problem alter warum warum muss man sowas von campen ok der zocker die vpr dann hier alter ich schreibe den gleich an gott ok schlecht geld von mir heil dich alter wird ich dachte ich habe schon von rechts gehört dabei war es mein teammate muss es echt zu ich war auch zu fiesig ey ne ne ok ich dränge mich jetzt an alter ok Oh, das ist unglaublich. Gut, dass man in diesem Spiel wieder so krass wallbanken kann. Ah, okay. Okay. Okay, komm raus, komm raus. Okay, ich pushe weg. Oh, Mann. Kommt da durch die Tür, ne. Oh, Leute. Digga, was soll ich denn machen? Ich hab mich gewundert von nichts trifft. Okay. Leute, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich richtig freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.